Musik War das Ihre gewählte Karte? Nein, nicht? Oje, oje. Dann muss ich einfach zaubern. Und wie hieß denn Ihre gewählte Karte? Pick 5. Die Himbeerwollet Spezial ist ideal dazu geeignet, um zum Beispiel zwei Karten, zwei Kuverts, zwei Visitenkarten oder ähnliches mit einer Hand auszutauschen. Noch dazu ist sie elegant gearbeitet, feinstes Seideninnenfutter und natürlich echtes Leder. Zwei Durchsteckfächer erlauben es Ihnen, noch Spezialeffekte mit dieser Brieftasche vorzuführen, die Sie alle in der sehr, sehr ausführlichen Anleitung beschrieben finden. Noch dazu als Bonus eine wunderschöne Routine von Punks. Zwei Durchsteckfächer Untertitelung des ZDF für funk, 2017